Die Geradengleichung in Parameterform ist immer gleich aufgebaut und sieht so aus. Vektor x gleich Stützvektor plus Parameter r mal Richtungsvektor. Der Stützvektor legt die Position der Geraden fest. Er verbindet den Ursprung mit einem Punkt auf der Geraden. Jede Gerade hat eine bestimmte Richtung und diese wird vom Richtungsvektor festgelegt. Multiplizieren wir den Richtungsvektor mit dem Parameter r, können wir jeden Punkt auf der Geraden erreichen. Setzen wir für ihn 1 ein, addieren wir zum Stützvektor einmal den Richtungsvektor und der Punkt liegt hier und damit der Vektor x so im Raum. Mit dem Wert 2 Stützvektor plus 2 mal den Richtungsvektor, damit ergibt sich dieses Bild. Mit 3 also plus 3 mal den Richtungsvektor und mit r gleich minus 1 subtrahieren wir vom Stützvektor den Richtungsvektor. Damit liegt der Vektor x so im Raum. Sind zwei Punkte gegeben, zum Beispiel die Punkte a, 3, 3, 6 und b, 2, 4, 6, können wir die Gleichung der Geraden, auf der die beiden Punkte liegen sollen, wie folgt aufstellen. Der Stützvektor erhält einfach die Koordinaten des Punktes a. Nun verbindet er den Ursprung mit dem Punkt a und legt den Ort der Geraden fest. Der Richtungsvektor u ergibt sich aus den Ortsvektoren der Punkte a und b. Wir erhalten ihn, indem wir b minus a rechnen. Vektor b enthält die Koordinaten des Punktes b und Vektor a die von Punkt a. Es ergibt sich der Richtungsvektor minus 1, 1, 0. Die Gerade g ist nun definiert durch den Vektor x gleich Stützvektor 3, 3, 6 plus Parameter r mal Richtungsvektor minus 1, 1, 0. Mit dieser Geraden und einem gegebenen Punkt p, 1, 5, 6 lässt sich nun die Punktprobe durchführen. Liegt der Punkt auf der Geraden? Um diese Frage zu beantworten, erhält der Vektor x die Koordinaten des Punktes und wir prüfen, ob es einen Parameter r gibt, sodass die Gleichung stimmt. Aus der Vektorgleichung lassen sich drei separate Gleichungen aufstellen. Jetzt stellen wir die erste Gleichung so um, dass r allein auf einer Seite steht. Dafür subtrahieren wir auf beiden Seiten 3 und multiplizieren anschließend mit minus 1. Dann ergibt sich r gleich 2. Nun setzen wir in die zweite und dritte Gleichung für r 2 ein und prüfen, ob sie stimmen. Es ergibt sich kein Widerspruch, also liegt der Punkt auf der Geraden. Ein weiteres Beispiel zur Punktprobe. Liegt der Punkt p, 2, 1, 6 auf der Geraden? Auch jetzt schreiben wir den Vektor x mit den Koordinaten des Punktes und erhalten eine Vektorgleichung. Hieraus ergeben sich wieder drei separate Gleichungen, die wir auf einen Widerspruch hin prüfen. Die erste Gleichung wird wieder so umgestellt, dass r allein auf einer Seite steht. Dafür subtrahieren wir auf beiden Seiten 3 und multiplizieren anschließend mit minus 1. Dann ergibt sich r gleich 1. Nun setzen wir in die zweite und dritte Gleichung für r 1 ein und prüfen, ob sie stimmen. Es ergibt sich in der zweiten Gleichung ein Widerspruch, also liegt der Punkt nicht auf der Geraden. Das erste Gleichung ist ein Widerspruch. Untertitelung des ZDF, 2020